Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und abgewählt, aber noch nicht geklärt. Und er trifft! Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Naja, da sieht der Keeper nicht gut aus. Hier nochmal schön zu sehen, kann die Kuhle nicht festhalten und der Abpraller dann kein Problem für den Sturm. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive.